Hallo meine Lieben, ja nach kurzer Auszeit gibt es hier ein neues Video. Ja, es ist momentan einfach viel zu gutes Wetter. Wir sind momentan immer noch am Renovieren. Ich habe mehrere Termine mit dem Stammgast beim Zahnarzt und so weiter und so fort. Deswegen, ja es gibt hier auch nicht viel Neues, deswegen gab es halt auch kein Video. Ich habe aber heute ein Übhäckchen bekommen von der lieben Fragolina Dolce wieder. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Loredana. Ich freue mich so mächtig. Und auch wenn du es von Herzen machst, das weiß ich natürlich, das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber dennoch, wenn ich Zeit finde, irgendwann, spontan, dann mache ich es wieder gut. Ja, und was soll ich sagen? Es ist ein sehr großes Paket. Also es ist hier so ein schöner Ebay-Karton. Er ist mittelschwer, würde ich sagen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die mir, glaube ich, dieses Yummy Gummy zum Probieren schicken wollte, weil ich habe sie gefragt, wo ich es kaufen kann, weil mich das total interessiert. Müsst ihr mal bei ihrem Kanal schauen. Sie macht so tolle Sachen damit. Sie macht dieses Yummy Gummy zum Beispiel in so Borten-Mold für Torte eigentlich und macht wunderschöne Steckchen für ihre Miniaturen, überhaupt ihre Miniaturen. 1A. Sie macht auch wunderschöne Rosen. Also schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Und bevor ich hier noch weiter rumrede, öffne ich es. Ich habe nur die Adresse abgemacht. Hier ist alles noch komplett zu. Wie ihr seht, hier ist noch überhaupt nichts eingeschnitten. Und ja, ich bin übelst aufgeregt, zumal heute, heute ist der 9., heute ist ein schlimmer Tag für mich. Vor einem Jahr ist eine Freundin von mir gegangen. Ich musste gerade eben zwei meiner Ratten einschläfern lassen. Harald und Vincent sind jetzt über der Regenfogenbrücke. Ja, aber Freude und Leid liegen manchmal sehr nahe beieinander. Und ich freue mich riesig, trotz aller meiner Trauer, ich freue mich riesig über dieses Paket. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo sie eingeschläfert sind, geht es mir auch besser. Weil ich einfach weiß, dass es die richtige Entscheidung war, der richtige Zeitpunkt. Es ist halt immer nur schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich riesig über dieses Paket. Und das ist für mich natürlich auch eine enorme Aufmunderung. Und ja, liebe Leute. Oh Mann. Oh krass, ach Mensch. Hier haben wir wieder diese wundervolle, hochwertige Bubblefolie. Also die ist toll. Ich liebe diese Folie. Oh Mann, seht ihr es? Ach, wie schön. Diese Post dreht sich nur für dich. Oh, wie süß. Ja, sie hat es mir halt geschickt, war als nachträgliche Geburtstagspost. Ach je, meine Liebe, das ist doch nicht notwendig. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ich lese das mir mal gerade durch. Ach nein. Ach, wie süß. Ach, ich zeige es euch einfach mal. Schaut mal, was das eine tolle Idee ist. Ach, ist das süß. Ach je, meine Liebe. Ach, Mann. Ja, du bist, du bist eine herzensgute Person. Es ist wunderschön, dass es noch in der heutigen Zeit, oh Gott, hier ist auch noch dekoriert. Es ist wunderschön, dass es in der heutigen Zeit überhaupt noch gutherzige Menschen gibt. So, das ist selten. Oder überhaupt auch Leute, die es wirklich ernst mit einem meinen. Und das ist wunderschön. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade durch YouTube, man hat jetzt nicht nur Leute um sich herum mit dem gleichen Hobby, sondern man hat auch wirklich Leute gefunden, die wirklich einem ans Herz gewachsen sind, die man gerne schaut, denen man auch bei allem Möglichen gerne zuhört, weil man sich einfach auch für diese Person interessiert. Und das ist, ach, das ist einfach wunderschön. Und ja, ich packe das hier zur Seite und greife einfach mal wahllos rein. Da steht nochmal ihr Name, aber ich verlinke es euch auch in die Infobox. Ihr findet sie, glaube ich, bei Instagram. Ihr findet sie bei Facebook und natürlich hier auch bei YouTube. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt öffne, weil das bestimmt was Selbstgemachtes ist, aber ich öffne es einfach. Und hier dieses Geschenkpapier, das ist der pure Hammer. Das muss ich retten. Das ist nämlich so Unicorn-Skin und ich liebe das. Oh, wie süß! Ach, Mann! Ich habe ja gehofft, dass was von ihren selbstgemachten Miniaturen dabei ist. Und schaut euch das an. Da ist so eine wunderschöne Rose, eine Waffel mit Sahne. Und hier, das ist sogar so ein Deckchen, was sie aus diesem Yummygummy gemacht hat. Ach, mei! Ein Bleistift. Das kann man ja immer gebrauchen. Ach, ist das schön! Oh! Also, ich muss euch ehrlich sagen, schaut euch diese Miniaturen von ihr mal an auf ihrer Seite. Das ist so, so täuschend echt mit diesen Shades, wie heißt es, mit diesen Farbtönen, mit diesen... Also, wenn sie so ein Croissant formuliert, da macht sie halt immer noch, ja, mit, ich denke mal, mit Pastellkreide dann dieses Angebackene dran. Ach, das ist so toll! Das ist so toll! Also, so Miniaturen, boah, das ist übel! Und hier, da weiß ich jetzt nicht, ob es da rausgefallen ist. Und da haben wir Rosen. Das sind ihre Rosen! Oh je, dass sie da überhaupt nicht... Duldförst! Oh, was sind die zart! Oh! Müsst ihr mal bei ihr auf dem Kanal gucken. Die macht das irgendwie mit der Hand und schmiert das dann weg. Und das, boah, die sind aber richtig zart, wie, wie echte Rosen. Schaut euch das an und hier sind sogar kleine Knospen bei. Ach je, und das duftet so gut. Was duftet denn da so gut? Ach, ist das süß! Da ist sogar so ein komplettes Rosen-Arrangement. Oder nee, das hängt nur zusammen. Aber ist das nicht toll? Ist das nicht der Hammer? Das tue ich hier wieder rein. Weil hier ist es am sichersten. Oh je, damit mache ich mir auf jeden Fall eine Box. Das weiß ich. Da mache ich definitiv eine Box mit. Und hier habe ich was und es fühlt sich schon so genial an. Und ich denke, es ist ein Squishy. Und ich habe keinen Squishy. Ich hatte mal einen Schlüsselanhänger. Den habe ich aber so geknautscht, dass er kaputt gegangen ist. Und ich glaube, der Squishy ist der, der so riecht. Oh, es riecht so toll. Und da sieht man schon mal den Popo. Ich denke mal, das könnte ein Schäfchen sein. Oh nein, ein Squishy, Mensch. Du sammelst doch Squishys. Wie kannst du dann von deinen Squishys was abgeben? Oh nein. Und das ist so ein großer Squishy. Schaut mal, der ist so. Oh nein, oh nein. Und er ist, oh. Oh nein. Und es ist ein Regenbogenschaf. Schaut euch das an. Oh nein. Oh, der riecht so gut. Oh nein, ein Squishy. Oh nein. Oh nein, ich muss den unbedingt von mir in Acht, von mir in Sicherheit bringen. Sonst bin ich die ganze Zeit am Rummachen. Och, ist das toll. Den hast du toll ausgewählt für mich. Ich liebe diese Farben. Und das ist sogar ein, haltet mich jetzt nicht für doof. Ich weiß, es ist ein Schaf, aber es hat Hörner und ein Stier. Ich bin Sternzeichen Stier. Und Stiere haben ja auch Hörner. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass die den deswegen ausgesucht haben. Wegen den Hörnern und wegen den Farben. Oh, ist der toll. Oh nein, ich muss ihn zur Seite legen. Oh nein. Ich muss ihn zur Seite legen. Sonst ist er gleich schon put. Oh nein. Boah, ich habe so eine trockene Kehle, weil es kommen manchmal alle Emotionen auf einmal. Also es kann gut sein. Ich bin so emotional angeschlagen. Es kann gut sein, dass ich während dem Video wirklich weinen werde. Denn ich spüre es in meiner Kehle. Die zieht sich so zu. Und das ist, ja, für mich ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber ich denke mal, ihr werdet es verstehen. Und hier haben wir noch ein Band nur für dich. Und, oh Mann. Es ist so unbeschreiblich. Es ist, ich verstehe es einfach nicht, wie das Leben manchmal so spielt. Das ist, das ist schlimm. Oh mein Gott. Boah, sind das große Packungen. 60 Gramm. Da, Funny Gummy. 60 Gramm. Oh, ist das geniales Zeug. Boah, fühlt sich das toll. Und das fühle ich an wie ein Squishy. Oh, ist das cool. Oh, das kann man sogar mischen. Ja, genial. Das ist ja auch immer toll, wenn man es mischen kann. Da habe ich ein blaues und ein grünes. Und guckt mal, wie cool das Grüne in der Verpackung rumschlabbert. Ah, das sieht ja aus wie Slime. Oh, ist das cool. Schade, dass das nicht immer so bleibt. Sonst könnte man da immer mit rumspielen. Guckt mal, wie lustig. Seht ihr das ein bisschen? Wie lustig das in der Verpackung rumgeschmiert ist. Also wie so ein Schleimklops. Ach, ist das cool. Wunderschöne Farben. Blau und grün. Schön für Wölkchen hier. Schön für Blümchen. Ach, ist das toll. 60 Gramm. Das sind riesen, das sind riesengroße Beutel. Das ist mehr als Fimo. Natürlich viel, viel mehr allein schon deswegen, weil es ja auch leichter ist als Fimo. Ist das sogar ein italienisches Produkt. Kann gut sein, oder? Könnte gut sein. Wenn ich mich nicht täusche, könnte das. Ich kann auch übrigens ein bisschen italienisch, aber nur... Kometi Chiami, Mi Chiamo, Christina, Etu oder so. Also nur, ich heiße so und so, wie heißt du? Oder Kometi, wie geht's? Und ja, hatte ich halt mal. Oder La Forchetta, die Gabel. Das ist halt nur so Serviceenglisch, weil ich bin ja Hotelfachfrau und da hatte man in der Schule so ein bisschen italienisch, aber man hat es meiste dann vergessen. Nach einem Jahr, italienisch bleibt nicht viel hängen. Aber ich finde, italienisch ist eine wunderschöne Sprache und weiß nicht, italienisch, das hat noch so eine Romantik. So, weiß nicht, überhaupt die Italiener, die finde ich, die sind so herzlich. So, ich meine, jede Nation ist auf seine eigene Art und Weise toll, aber ich finde, die Italiener, die haben noch so eine richtig krasse Romantik und so einen Zusammenhalt, auch was die Familien betrifft. Und das ist sehr selten. Und Hitters hier ohne Mist, das fühlt sich an, als ob da noch mehr von diesem Gummy drin ist. Du kannst mir doch nicht dein ganzes Gummy schenken. Du hast doch dann gar nichts mehr. Das kostet doch arsch viel. Oh mein Gott. Oh wow, braun. Guck mal, was das eine fette Packung ist. Boah, die Packung ist so groß wie meine Hände und meine Hand ist schon relativ groß. Für eine Frau. Boah, ist das ein fetter Klops. Oh, sieht aus wie AA. So ein richtig schönes Braun. Ein richtig tolles Braun. Das könnte sogar hier das Braun sein von dem Stift. Boah, und dann reicht das ja auch noch nicht. Dann noch das Schwarz. Oh, das sieht aus wie Teea. Oh, ist das schön. Und das ist ein richtiges Schwarz. Nicht so ein schwarz-grau oder so, sondern das ist ein richtiges Schwarz. Oh, das fühlt sich so toll an. Da bin ich echt in Versuchung damit sofort zu arbeiten. Ich habe nur Angst, dass es mir eintrocknet. Ich werde es mir mal durchlesen. Hier steht nur nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Werde ich mich mal informieren, wie lange man das in der Verpackung lassen kann. Hier so ein Zipper, damit es mir nicht eintrocknet. Ansonsten werde ich natürlich alles auf einmal verwenden. Boah, genial. Und hier immer noch dieses Tissue-Paper. Hier dieses, wie heißt es gleich noch? Tissue-Paper. Seitenpapier. Ich denke, es ist Seitenpapier. Und Krepp-Papier. Krepp-Papier. Oh, nein. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, nein. Hier ist wieder Yummy-Gummy drin. Nicht Yummy. Funny. Funny. Funny-Gummy. Oh, ich sehe gerade, es gibt auch zwei verschiedene. Drei verschiedene. Das ist Funny-Gummy. Das ist Funny-Gummy, aber anders geschrieben. Und hier das hier ist Airclay. Das ist ja von Maso. Die Firma hier heißt Maso. Boah, ich habe es auch gegoogelt. Sonst hätte ich dich ja gar nicht gefragt. Ich habe sie nur gefragt, wo bekomme ich das. Ob ich es bei ihr kaufen kann. Und sie meinte, sie schickt mir was nach. Zum Geburtstag. Oh Mann, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe mich bei Google erkundigt, wo ich es herbekommen kann. Oder wo ich so ähnliches herbekommen kann. Weil ich möchte das ehrlich gesagt unbedingt für die Tortenspitzen. Ich möchte es unbedingt für die Rosen. Und für andere Kleinigkeiten möchte ich es auch unbedingt haben. Für filigrane Sachen, die man halt, oder die ich mit Fimo überhaupt nicht hinbekomme. Und deswegen wollte ich es gerne mal testen. Und jetzt habe ich vier Packungen. Und hier ist noch mehr drin. Und das, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine Worte überschlagen sich. Oh nein. Hier ist schon wieder so ein Gelb. Was heißt schon wieder so ein Gelb? Hier ist ein Gelb, was schon wieder so cool da in der Verpackung rumgeflossen ist wie Slime. Oh Mann, hier haben wir Gelb. Es ist aber so ein richtig schönes Gelb. Kein richtig prächtiges Gelb, sondern so ein klitzkleines bisschen Pastellgelb. Und hier haben wir eine wunderschöne Farbe. Und das ist bei, was so Tortenspitzen oder so betrifft, meine Lieblingsfarbe. Es ist so ein ganz zartes Rosa. Oder irre ich mich, es ist weiß. Es könnte auch weiß sein. Boah, ist das ein fetter Batzen, der da drin ist. Boah, es ist so genial. Das kann man auch schon als Squishy nehmen. Boah, ist das ein Batzen. Aber das hier ist fester als die anderen. Vielleicht liegt es auch an der Verpackung. Boah, ist das genial. Ist das jetzt weiß oder ist das rosa? Ich glaube, es ist weiß. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist ein Schaf drauf. Von daher muss es eigentlich weiß sein. Oh Mann. Boah. Ach nein. Oh Mann. Sagen wir mal, so ein Ding kostet 5 Euro. Dann sind das 15, 15, 20, 25, 30 Euro schon mit diesem Airclay. 30 Euro, das Squishy bestimmt auch. Sagen wir mal 5 Euro. Minimal 5 Euro. Sind wir schon bei 35 Euro. Und hier ist nochmals von dem Zeug drin. Boah. Das ist doch, das ist doch krass. Boah. Ein wunderschönes Fast-Neon-Pink. Oh Mann. Was da ein Werk drin steckt. Oh, ist das genial. Boah. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Das ist der absolute Hammer. Und hier ist noch ein dunkles Lila. Boah. Das ist so. Man sieht auch schon, dass das so richtig schön elastisch ist. Sonst wäre das halt nicht so wie ein Klumpen, wie so ein Schleimklumpen in der Verpackung. Also, das ist richtig geniales Zeug. Ach Mensch. Ich muss aufhören, da rumzudrücken. Erstens knistert es. Und zweitens wollt ihr das Knistern bestimmt nicht hören. Oh Mann. Ja, natürlich. Oh Mann. Wir waren gerade bei 35 Euro. Jetzt sind es 45. Oh, wie süß. 45. Und hier ist noch mehr drin. Oh Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh nein. Scheiße. Boah. Mensch. Chloridana. Warum? Warum? Da, 45. Hier sind wir bei 55 Euro. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, hier ist noch mal ein richtig geniales Neonrosa. Oh Mann. Das ist gerade echt zu viel. Ne. Ich komme da nicht drüber hinweg. Und hier haben wir so einen ganz leichten Pfirsichtton. Oh Mann. Ich habe so krasse Klos im Hals. Ich kann kaum atmen. Und hier haben wir so einen ganz leichten Pfirsichtton. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und es ist immer hier. Es ist noch immer drin. Es ist. Oh Mann. Ich nehme jetzt das auch mal. Boah. Boah. Da komme ich sofort Schweißausbrüche. Oh nein. Boah. Oh, ich kann nichts sagen, ich kann nichts sagen. Sie hat mir ein Bellishments gedruckt, was das eine Arbeit ist mit Missfruchteis. Es ist so eine krasse Arbeit, alles ausdrucken, alles ausstanzen. Oh nein, mit einer Anleitung, wie man das stapeln kann, mehrere Größen und dann, oh nein, und noch Glitzersteinchen. Himmel, Herrgott, oh nein, oh man, vielen, vielen Dank, oh nein, das ist übel. Hier ist schon fertige sogar mit Herzchen. Und hier, schaut mal, wie wunderschön das einfach alles ist. Und hier ganz viele Herzchen. Oh nein, ist das schön. Oh man, vielen, vielen, ach scheiße, wirklich, das ist, oh danke, von ganzem Herzen. Boah, wenn du meine Hände fühlen könntest, wenn du mich fühlen könntest, ich bin heiß am ganzen Körper. Das ist, boah, zu viel des Guten, das ist, oh man, boah, meine Kehle wird immer enger und enger und enger. Das ist furchtbar. Hier, das fühlt sich an, wie etwas simuliertes, beziehungsweise mit dem Play etwas modelliertes ist. Oh man. Oh, wie schön. Ach, ist das nicht toll. Oh je, meine, wow. Ein Geburtstags, eine Geburtstagstorte. Da ist eine voll geniale Banane. Die ist wie echt, diese Banane. Oh, Lollis hier mit Zahnstochern, boah, genial. Ein Eis hängt da noch mit drin und eine Waffelsahne häubchen, einen Stern. Und dann natürlich diese zuckersüße Geburtstagskerze. Ach, ist das eine süße Idee. Das zünde ich heute Abend an. Jetzt nicht nur als Geburtstagskerze, sondern so als, ja, als Trauerkerze quasi. Das kommt wie gerufen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass, ja, das, wie gesagt, das werde ich heute Abend auf jeden Fall anzünden, dass, ja, ich danke dir. Es ist so schön und es fühlt sich so gut an. Da unten ist auch noch eine Tortenspitze. Oh man. Du verrücktes Huhn. Also jetzt positiv gemeint, nicht negativ, um Gottes Willen. Ah, ich danke dir so herzlich. Das ist der Hammer. Oh, und hier. Boah, das ist ganz schwer. Boah. Das mache ich zum Schluss, weil es wirklich so schwer ist. Und hier haben wir nochmal was mit diesem wunderschönen Geschenkpapier. Oh man, ich... Meine Kehle. Ja, Freude und Leid, ne? So nah beieinander. Oh nein. Eine ganze Tüte mit Selbstgemachten. Oh wow. Oh wow. Ich will, dass du aufgehst. Oh nein. Oh cool. Hier mehrere Eisstielchen. Cool. Und damit kann man dann das hier machen. Das ist so cool. Das habe ich auch schon bei mehreren ihrer Videos, ups, also Pakete gesehen, die sie verschickt hat. Die macht halt immer dann noch eine richtige Anleitung dabei, eine Inspiration, wie man halt was machen kann. Ist das nicht cool? Mit diesen ganzen Marshmallows und der Schokolade oben drauf. Ach ist das zuckersüß. Und hier Marshmallows. Ah, die sehen echt aus. Da würde man am liebsten echt reinbeißen. Obwohl ich Marshmallows nicht mag, aber da könnte man echt sofort reinbeißen. Junge, 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 Junge. Und hier haben wir noch mehr. Eine Waffel mit Bärchen. Och ist das eine süße Idee. Und eine Decke. Also es soll Sahne sein, aber für die Bärchen ist das halt Decke und Kissen. Och je, nie, nee. Och putzig. Wie kommt man denn auf so süße Ideen? Und hier haben wir Wölkchen und Schokolade und Schleifchen. Och ist das nicht toll. Und dann nach oben dieses wundersüße Einhornpapier. Ach wie süß das auch einfach verpackt ist. Ah, da ist sogar noch ein... Ich will das nicht aufmachen. Da ist noch ein Regenbogen. Ach je, was ist das putzig. Och genial. Da haben wir so eine Banane mit Schokolade und Streusel. Och ist das nicht süß. Und die hat sogar ein Gesicht, die Banane. Ach je, Miné. Das wird, denke ich, ein Ohrring. Und hier haben wir noch mehr Schokoladen und Bärchen und einen kleinen Cupcake. Oh, Mini, Mini, Mini-Sahne. Oh, ist die Sahne süß. Ach je, Mini, Mini. Ach. Das ist wie Geburtstag und Weihnachten in einem. Das ist so viel mehr als nur Geburtstag. Das ist so viel mehr als überhaupt. Oh, genial. Und hier die Klammer. Die ist ja auch richtig schön. Ich mag so Farbverläufen ultra gern. Und das ist ultra schwer. Oh nein, wie cool. Oh je, das ist auch genial. Da danke ich dir auch sehr von. Badezusatz. Cinnamon Night. Oh, lecker. Ich lese es euch kurz vor, weil die Sprüche sind immer so toll. Als sie tiefer in der... Warte. Als sie tiefer in den warmen Zimtduft der Schaumblasen sank, schmolzen am Fenster die Eisblumen. Lautlos kuschelte sie sich draußen auf die magische Schneekugelwelt in ihre weiße Decke. Ach, ist das schön. Oh, Zimt. Und hier haben wir noch Kirschblüten. Oh, ich liebe Kirschblüten. Hier ist, glaube ich, keine Probe. Oh, genial. Vielen Dank. Das kommt auch wie gerufen, weil ich habe durch das ganze Weinen habe ich so Kopfschmerzen. Ich lege mich jetzt gleich echt erst mal in die Badewanne. Oh, cool. Und hier haben wir noch eine Duschcreme passend zu dem Badezusatz. Und wer diese Marke kennt, der weiß auch, dass die teuer ist. Ah, lecker. Lecker. Oh, man. Und hier ist noch was ganz Großes, Schweres. Und hier haben wir ein Duschgel. Schokolade. Oh, lecker. Dann esse ich mich doch bestimmt selbst. Oh, lecker. Boah. Junge. Das riecht richtig nach Schokolade. Boah. Damit kann man sich doch nicht waschen. Ist das vielleicht sogar noch braun? Ne, braun ist es nicht. Oh, das riecht richtig nach Schokolade. Das riecht wie in Kakao gefallen. Boah. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht trinke. Lecker. Wow. Wow. Übel. Das mit zusammen mit dem Zimt. Eine gigantische Kombination. Boah, das schockt mich. Das schockt mich. Richtig Schokolade. Oh, man. Liebes. Ich danke dir so, so sehr. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Es ist einfach so herzlich von dir. Und es ist so viel. Es ist so, so viel. Also, das ist viel zu viel. Das kann ich doch überhaupt gar nicht gut machen. Ich meine, du hast gesagt, ich muss es auch nicht gut machen. Ne, natürlich nicht. Aber wie gesagt, früher oder später kommt von mir auch was. Und schaut es euch an. Da, ein ganzer Berg voll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tüten von diesem Yummy Gummy. Hier diese ganzen selbstgemachten Sachen. Es ist der pure Hammer. Da, der ist Quichy. Möp. Haha. Den werde ich jetzt die ganze Zeit mobben, das Vieh. Das ist genial. Ah, Mensch, Liebes. Ich danke dir so sehr. Das ist viel mehr als einfach nur eine Geste. Oh, Mann. Ja, ich weiß nicht, was ich das noch sagen soll. Das ist... Oh, Mann. Ich glaube, ich muss ja aufhören. Meine Kehle, die schnürt sich so zu. Ich... Ich bin hin und weg. Du hast mich mitten ins Herz getroffen. Mitten ins Herz. Ich danke dir so sehr. Und ich lasse euch natürlich dann auch teilhaben, wenn ich damit was gemacht habe. Natürlich klar wie Kloßbrühe. Und wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses gigantische Päckchen. Und euch, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, ich bin euch einfach oder ich bin auch der ganzen Welt von Herzen dankbar, dass ich überhaupt am Leben sein darf. Weil gerade in Tagen wie diesen merkt man mal, was es eigentlich bedeutet, gesund zu sein. Also ich bin ja eigentlich im Großen und Ganzen gesund. Jeder hat so seine Gebrechen, aber ich bin jetzt nicht todkrank oder so. Und ja, liebe Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss.